So dann dürfen wir wieder zum Detektiv. Zum falschen Detektiv. Wo sind die jetzt denn? Ein kleines Kästchen, voll Fister. Ich muss irgendein Beweismittel sein. Ich kann mir nicht denken, dass Raimund so etwas benutzt. Da ist der Axt über da oder pennt der oben. Aber wir finden es einfach hier raus. Ah, er pennt. Dann machen wir erstmal hier die Tränke. Speichern hier kurz. Ja? Ich habe die Ergebnisse der Autopsie. Und? Ich kann noch nichts Abschließendes sagen. Wie das? Wie soll ich es sagen? Ich habe zwei Fiolen verwechselt und irgendeine ätzende Brühe auf den Leichnam geschüttet. Aus dem, was übrig blieb, konnte man nicht mehr viel schließen. Nichts? Gar nichts? Gar nichts. Mal ehrlich, Raimund. Das hätte jedem passieren können. Ich muss nachdenken. Kommt später wieder. Ich muss eine Möglichkeit finden. Ja. Und schon. Wie? Und schon. Ja. Ja. Ich muss nachdenken. Versuch jetzt. vielleicht kriegen wir ja jetzt aus coal mann oder beziehungsweise kalkstein noch irgendwas raus kalkstein wohnt ja direkt nebenan wo hat der jetzt gewohnt na fast nebenan um ein paar gassen weiter oh ein bösewicht er hat es bequem auf dem boden fragen wir mal nochmal kalkstein vielleicht hat er noch irgendwas nettes zu sagen naja irgendwie kennen wir nix anderes gute frage gute frage nehmt das nehmt das na wenn wir mal mit coal mann sprechen gehen irgendwo müssen wir ansetzen irgendwo müssen wir ansetzen nehmt das ich bin müde nehmt das ich habe schlimme schmerzen in der dritte nehmt das eh Wollt ihr was? Reden wir still, Hex, aber. Er will ja nicht mit uns reden. Bin ich jetzt gerade echt überfragt. Ah, da brauchen wir auch noch Kops-Dinger da. Und Füllkraut brauchen wir auch noch. Dann wollen wir mal. Bleibt uns ja nichts anderes übrig als in den Sumpf zu gehen. Und die Ranken müssen wir ja leider auch noch umnieten. Die mag ich nicht besonders. Oh, das tut weh. Der mickrige Sollt ist das nicht wert. Der mickrige Sollt ist das nicht wert. Oh, hat sogar zwei Ohren dabei. So, immer bis zum Morgen. Ja, Mann, wir wollen wieder rüber. In meine fünf Ohrens. Sei ruhig. Bringt mich auf die Zeit. Wie oft wollt. So, immer speichern. Ich hoffe, die Viecher tauchen auch. Arx überhaupt. Oh, okay. Oh, okay. Was ist da so hart? Ich brauche die. Die reagieren ja nur auf einäschern. Die anderen Kran sind ja wieder immun. Ja, ich habe einen Tod. Ich brauche den Beweis für das Töten. 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 Was sehen die wirklich so aus? Ja. Ach, die sehen ähnlich aus. Das sind die Dinger, die wir die ganze Zeit haben. Ich brauche den Beweis für das Töten. 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 Stein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vasca. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und trocknen. Ich brauche euch lebendig. Okay.